Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 23. Mai Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu reden mit anderen Zungen, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Apostelgeschichte 2, Vers 4 Da stand ich nun auf dem Podium. Von mir hatte ich eine große Schar junger Männer aller möglichen Richtungen und Schattierungen. Mir klopfte das Herz, denn sie diskutierten über das Christentum und es wurde immer schwieriger, die Leitung in der Hand zu behalten, weil sich die Gemüter zusehend erhitzten. Die meisten lehnten das Christentum ab, spotteten leidenschaftlich, überlegen. Schon seit einiger Zeit hatte sich einer zu Wort gemeldet, den ich als Jünger Jesu kannte. Er war ein treuer Christ, aber nicht gerade sehr begabt und sicher kein guter Redner. Sollte er uns blamieren? So übersah ich, ich gebe es zu, absichtlich seine Wortmeldung, bis es nicht länger ging. Nun stand er auf dem Podium und dann sagte er nur ein paar Worte des Inhalts. Nur ein paar Worte, aber nach denen war es totenstill. Keiner wollte mir etwas sagen. Die Diskussion war zu Ende. Auf dem Nachhauseweg überlegte ich, wie war denn das zu erklären? Und dann fiel mir unser Text fort ein. Erfüllt mit dem Geiste Gottes spricht man mit Vollmacht von dem Heil Gottes in Jesus. Es gibt viel christliches und religiöses Geschwätz, sogar auf Kanzeln und auch, wo treue Christen von Evangelium zeugen wollen. Aber es bleibt oft so leer, so armselig. Diese Handwerker und Fischer, diese Jesusjünger vom ersten Pfingsttag warfen die Mauern um, welche von den Menschen um ihre Herzen gebaut werden. Denn sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist Gottes. Herr, gib uns und bei uns so kräftiges Zeugen von dir. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. Amen. Amen. Vielen Dank.